Servus Leute, Willkommen bei Nageria´s Spielababo, heute wieder mit dem Renten und mit Raven Key. So, wenn 131 ist, ich hab Zeug gekoht, ich hab Elekthus gekoht und es kann weiter gehen. Das heißt, wir müssen jetzt direkt zu einem Endgegner. Leg mich fett. Ein Wasser-Drauchchen. An dieser Stelle möchte ich meine Cousine, die ich jetzt nicht namentlich nennen, grüße. Wieso ist die ein Wasser-Drauchchen? Die hört auch rote Uhr, ja stimmt. Scheiße. Und wollte mir Hallo sagen und danke für die liebe Kommentare und du bist verrückt. Ja, die, die, äh, du verrücktes Mädel. Ich bin ganz schön ein Fan hier. Ich bin ganz schön ein Fan. Heute haben wir die vierte Couchcritics hochgeladen, damit ihr mal Zeit nicht wisst, wo wir sind. Und ich bin gleich dort gegangen. Ja, ich bin gleich dort gegangen. So verrückt bin ich. Oh, oh, ich hol's damit, ich hol's, ich hol's. Ich hol's. Guck, ob ich noch spielen kann. Guck, ob ich noch auf checken kann, ich mal losziem. Oh. Hier! Oh, ich hab's gewusst, da kommt was mit mir. Oh. Oh. Oh, 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 sorry sorry, sorry. Hab'lć. So, wir nehmen den Turboantrieb. So, wir nehmen den Turboantrieb. Tilovi. Oh, oh. Ohا. Ah, cone Snake. Oh Gott, uff, so. Wow, wow, wow. Also wie ihr in den letzten Teilen vielleicht auch schon gemerkt habt. Je schwerer es ist, umso ruhiger Raum. Ja. Ah! Hör dir die Stille! Ah! Wetten, komm! Bin schon dabei, schon dabei. Können gleich zum Endgegner. Juuu. Mach auch noch mal Bier auf! Mach Spaß! Trink ich Amobier. 5,0 Original! 5,0 Original Bier! Trache Bier! Schließ, mach ma! Mach ma weiter! So, müssen wir uns gleich merken wo wir hin müssen. Ach du Scheiße, was ist denn das? Ah! Ah! Boah, jetzt wär ich fast gestorben. Weiter geht's! Ne, doch nicht. Naja. Bruna Gates! Vielleicht kennen das von ohne Kumme, ich will das nicht. Ähm, manche Leute könnten ohne Kumme. Fuck! Hab ich schon mal mitgerät. Von ohne Kumme? Also durch den Arsch. Fuck it! Kacke! Durch, durch de, durch de Poppes. Batz! Batz! Das stell ich mal ziemlich. Batz! Entschuldigung. Das sag ich mal was von Arsch-Orgasm und denk ich bin jetzt hier konzentriert oder? Ja. Arsch-Orgasm. Ah! Gasme! Also bei Frauen stell ich mir das noch ganz ästhetisch vor, aber bei Männern. Oh Gott! Ja, ich hab gedacht ich wär hier geschützt. He he. Scheiß bist du! Ich sollte nicht denken! So. Okay, okay. Ich hab mal nicht gemerkt wie das Vieh jetzt kommt. Ah! Hartkomms. Okay. Wo sind die Blumablaut? Wo sind die Blumablaut? Blumblumblum! Blumblum! Blumblum! Ach Gott! Ach Gott! Ach Gott! Das andere Vieh nervt. Hopp! Wer pink! Wer endlich pink! Zack! Ah! Ah! Gott! Ah, okay. Wenn Navig tocht, kann ich natürlich nicht mehr, äh, kann ich nicht mehr Linkspunkte. Scheiße! Ah! Ich hab gedacht ich krieg's. Aber gut zu wissen, wenn man zwei Wochen... Okay, er kommt dann, er kommt dann von links. Äh, wer, wer geht dann links hier und versucht es zu kriegen? Du oder ich? Der, wo grad links ist. Wahrscheinlich wird's eh anders schon mal denken. Ja. Leute, drück uns die Daumen und die Finger und die Zehe! Und die Schließmuskel! Und die Zeeeeen! Ah, fuck! Ihr hätt'n feste Artikel gemessen. Das ist jetzt Eierschuld! Ihr hätt'n nicht den Schließmuskel gedrückt. Okay, jetzt aber. Leute seid bei uns! Äh! Ah, übrigens sind wir in Part. Dreize, dreize, zwölf, dreize... Äh, dreize, dreize! Dreize, dreize! Dreize, dreize schon! Ah, ich hab'n auf den Computer geguckt. Zaaack! Haaaack! 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 So, und jetzt kommt er von oben, ne? Rente, 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 Rente! Spiel mal morgen! Komm her! Der Sprung! Der Sprung! Wir müssen uns konzentriert uns! Jetzt kommt da links! Jetzt kommt da links! Warte! 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 Was ist? Das ist so geil, leicht! Ach, gott! Ja, danke fürs Daumen drücken! Danke! Danke, ihr Wichser! Und was kommt denn jetzt raus? Ohhhhh! Der Krabbe! I like a twin friend Ach ne, das warst du Und tschüss! Und tschüss! Und weiter 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 Mal schauen! Jetzt kann es losgehen! Jetzt hören wir es an! Weiter geht's! Herr Scheide! Und tschüss! Oder was? Man sieht, wir sind Badesaalsfans. Ich hab's jetzt mal gesagt, wir machen halt jetzt mal Werbung. Ich denke die Jungs herbst und die Gäste, ja. Jetzt sind Badesaalsfans gut. Sind genauso durch wie wir, nur älter. Und hängte Säken. Ah, bitte. Ach, das ist eh! Hier, zurück! Oh, gut. So hier, Stargate. Was steht da? Oh! Ui, ui. Ui, ui, ui. und wenn er vom Weg vom Weg und dann geht nach links die Karte jetzt sind die Sprache Arten Arndt Sauer so was am Stück die Städte ist alle mögliche Wichser vor Ort nicht es gibt wir müssen wir müssen vorgelegt werden ja ja ah du 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 Boah, du bist schon den Trümmer getroffen machen. Bist auch getrümmert. Es geht aber, es geht. Noch, noch ist es human. Das war ziemlich schwer. Pass auf, da kommt ein Blitz. Oh, okay. Also ich bin mal gespannt wie lange das Spiel noch geht. Ja, ich ne mal wissen, die letzte Welt. Du dann fünf, sechs Level und dann kommt der allerletzte End-Boss. Ja gut, ja. Der ziemlich katastrophal asozial wird, vermutlich. Denk ich auch. Blitz. Blitz und Juna! So. Blitz! Ahhhh! Da hinwähle ich wieder das Dienpunkt-Luftpirateschiff. Ja, das schießt die verfügte Hures-Söhne-Bombe, ey. Verffiggte Hures-Söhne-Bombe, ey. Verffiggte Söhne-Söhne-L! Ah, so. hole mal durch die Fiese. Und, äh, jupp, jupp, jupp mal drum. Was ist das denn jetzt? Hey, mach's dann. Baaaaa. Baaaaa. Wow. Oh, au. Da nüds. Ah, die können ein paar Schüsse abnehmen. Schüsse. Schüsse. Schüsse weg münchen. Gott, ich weiß auch. Bon. Stattmann 2 wovend erklärt die Städte am Samstag vor Parthen und auch mit fressen und schlosser Kuhfrau Roteine so hat es gemacht alle mehr scheißen fast auch wir müssen das heißt wir müssen aber ich habe nicht mehr die Fliege so geschmeckt äh, 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 relativ knackig, wo sie dann mit meinem, äh, in, äh, mit meinem halsinterne Speichel dann in Berührung kam, was einfach nur noch ein Bolle. Ich hab gehört, man tut nachts ganz viele Insekten verschlucke, während man so vorsichtig hinschneischt. Das geht schon in die Kilos. Hallo, hallo. Ah. Das war schon aus, klisch, ah, fuck. So, das ist irgendwie, weißt du, oh, 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 oh. Äh, äh, oh, 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 oh. Fuck, auf diese Becke schießen muss. Wenn der Level mit Vledermores können? Ja. Scheiße. Leute, es ist schwer, es ist wirklich schwer. Muss man jetzt mal echt zurück, oder? Geht die kaputt, oder? Was soll das mit deiner verfickten Rakete her? Fliegende Dindo, scheiße! Oh Gott, oh Gott. 300 Heller, 350 brauchen wir wahrscheinlich. Oh, er wird mobiert wegen dir. Stimmt, aber wie geschafft. Aber geschafft haben wir's. Na, bisschen mehr als 300. Ach so? Ja, aber wir kriegen ein bisschen Spitz für jede. Wenn ich schon schreibt, hat er die Stamme ein bisschen. Ja, guck. Du geiles Stück Scheiße. Ja, der spritzt Pisse ab, ist so eklig. Fickpisse. Fickpisse. Tricksack! Was? Was? Und Top of Old Schmogi. Bin direkt hinter dir! Du bist ... ha sie strengst und schlägst wie sie spielen aber auch sobald schon ein stopp jetzt geht es und er hat nur noch und er hat das und das ist egal er hört mir nicht so ab vertreten wird die dritte genau die Bühne er hat er als doch du musst warten weil ich das Ding da oben schlafe und dann kommt Blitzer aus der Welt achso du lebst noch achso du bist tot geh einfach vor so und jetzt rennen wir eins, zwei, drei siehst funktioniert doch mach weiter, egal komm her, ich pumpe dich komm her, ich pumpe dich komm her, ich pumpe dich egal so 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 weiter geht's so so oh, du kannst so fliegen, ok das ist auch scheiße hop, Kompliz so, weiter, weiter hoch weiter nicht oben drüber so, weiter, weiter, weiter ja, egal ach, warte, komm her zack dor schwitzen die Hände oooohhhh klaff aaaaaaaaaaahhhh aah 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 so oh, nein immer durch so, immer durch a au äh, halt stopp scheiße So, wir sind mit dem Zock. Schlags! Mach! Nein! Fick-Tack! Fick-Tack! Ja, toll! Komm mal her! So, dann bring dich um! Komm mal her! Ah! So, holz! Blitze! So, holz! aber sehr stylisch wohl wieder sehr stylisch wohl wieder am besten versucht es einfach durch okay ich hab die stellung alle und jetzt bin ich tot was ist schuldig was was war ich hab wollte ihn kaputt machen einfach durch einfach durch warte ich guck mal mach den grad platt ja okay geht wirklich nur einer vor so dass die stoffe er ja schweizer das war vorgeben der druck war war es ein liefes dann spricht jetzt wenigstens da er hat Tag Doro bleibt stehen das ist komisch wenn es gibt scheiße das Ding du hast das ist jetzt das ist sehen wir uns umsonst da hat Ach nö, wir beide werden das Scheiß-Ding-Racken. Was, was war das? Ich hab's doch getroffen! Ah, ah! ZACK! Ah, nein! Bleib oben, bleib oben! Schlag! Ah, okay! Ich bleib steh! Du bleib steh, okay, ich warte bis es dunnert! Dunnert! Wir trinken! Ah! Schlag mal! So... Jetzt denkt der Mond du dich allein spiel! Einfach... Äh... Scheiße! Schlag! Okay! Komm her! Ich bin tot! Verfickte Kacke! Gut! Sie fixen doch mal so! Das ist so... Das ist so... Das ist so... Das wäre ein Geheimnis, aber... Ey, Scheiß! Ohne Witz! Sehr gut, sehr gut, sehr gut! Ah! Nicht so gut! Schlag! Das ist toll. Ohne Witz-Level ist geil gemacht! Aber schwer! Ja! Ah! 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 Da war klar, dass es mich hat... Ja, komm her! So... weiter, 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 zaaack. Schlag! Oh Gott. Scheiße. Du musst versuchen, ob ich drauf zu kommen. Nun direkt weiter zu springen. Zaaack! So wie ich grad nicht. Ah, super. Scheiße. Wart. So. Oh, sorry. Okay. Rüber, 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 rüber. Rüber, rüber, rüber. Oh, ja, ja, ja. Beide tot. Beide tot, ja. Wir müssen warten, bis das Blitz tot war. So. Perfekt. 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 Einfach schlagen, einfach. So. Langsam. Noch links. Stopp. Und jetzt renne. Ah. Ne, so ned. Okay, ma kann ned durch, wenn ne. Triken! Ich leb noch. Zack. Ähm. Enz. HALT, 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 HALT! Ähm. Wir müssen erst gucken, wie sie, wie sie verlaufen. Ja, zack. Oh fuck, ich wohlt. Ja, schmarte, schmarte Pflicht. Scheiße. Äh, du musst abspringen. Ach, ist das schwer. So, nicht bewegen. Ah, ich hätte es fast geschafft. Pass auf, wir versuchen die Herzen zu behalten. Oder ist meins? So, nicht. Ach, kacke. So, einer muss laufen und der andere muss einfach nur springen, wenn er runterfällt. Soll ich laufen und du springst hoch? Das gibt es doch nicht. Ich glaube, ich muss mein Herz behalten. Mhm. Spring rüber. Vor mich. Gott. Sehr gut. Planaufgang. Ah, gut, du gehst gleich weiter. Jetzt hatte ich schon Schiss, wenn jetzt noch das nächste kommt. Alla, hopp. Einfach durch. Oh, nett, nett, einfach durch. Nett. Sorry. Ah, da hab ich steig schlagen. Einfach durch. Einfach durch und ohne stehen bleibt. Recht vor die... Ja, guck mir, ja, ist gekommen. Ja, guck mir, ja, ist gekommen, ja. Ich mach dich wieder, ja, wo du mache. Ah, sehr vorsichtig. Fuck. Guck mir, ja, es ist ein Scheiß. Oh, sorry. Okay. Jetzt schnell, 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 schnell! Ich mach so einfach was. So, okay. Nice. Wenn die jetzt alle entwirft, das wär... Das wär so eislich. Alter, wie gestört war'n das. Puh! Ach, gut, ach, gut, ach, gut. Ich muss hör mal, wenn ich euch gesammelt hab. Klasse. Hm. Wutigey. Er werd aber nicht traurig. Ne. So ein bisschen Pisse ist ja da. Wir wissen's. Hm. Wenn ich zum Gegenschlag ausfülle, ne. Dieser Renten. Das ist ja mal ein Schlawiner hier. Warte, mo, das ist das zweite von... Ach, Gott, jetzt... Ah, noch drei Level. Drei Level! Puh! 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 Hau! Puh! 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 Guck mal, Consola! Jetzt! War das nicht geil? Ne, war es nicht. War übergeil! Scheiße, Mann. Immer durch! Die Musik wird auch schon so verheißen. Reden die Gerier! Machen sie immer versuchen. Machen sie immer versuchen, keine. Alle dort Gerier! Yeah! Das funktioniert nicht. Ne, nicht so wie ich es mir vorgestellt habe. Soll ich es probieren? Du, okay. Du machst es bei so glückliches Gesicht. Ja. Im Bildschirm war dein echt. Beides. Guck mal her, ich versuch es. War doch ganz einfach. Ist das letzte. Das letzte! Kennst du das letzte Einhorn in den Film? Natürlich. Kennst du die Stelle, wo das Einhorn fragt? Bin ich wirklich das letzte Einhorn? Was ist denn das für dummes? Der Film ist so! Und wenn du das auf Schweizerdeutsch... Komm her! Wenn du das auf Schweizerdeutsch machst... Ist Schweizerdeutsch dabei? Ja. Geiler! Bin ich wirklich das letzte? Haha! Bin ich wirklich das letzte? Haha! Haha! Ja, bist du das letzte... Das allerletzte... Du verficktes... Drecks... Einhorn! Fuck! 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 Und weißt, was das Schmetterling wieder heißt? In Schweizerdeutsch heißt das Schmetterling... Nicht Schmetterling... Ich sollte nicht zu viel brauchen. Der heißt... Jetzt pass es... SOMBER VOGEL! Ich konnte gerade nicht aufpassen. Aber lustig. Ja. Ja, das ist doof. Du! Taddy! Ah, jetzt werde ich zerquitscht. Ah, stopp! Schlage! Bumbe, steck! Gut. Oh mein... Oh mein... Oh, das sagt man etwa. Das gibt's doch nicht die Scheißroboter! Das gibt's doch nicht die Scheißroboter! Ja mein! Du... Du Tricksroboter! So, wir müssen ja nur am Leben bleiben, bis wir in die Spalt können! Hä... Hä... Wie der Heim! Aber da ist ein Roboter drin, gell? Ich wollte dich nur mal vorwarten. Ne, dass du denkst, du? Du ist ja gar kein Roboter da drin. Aber da ist der da drin! Du schaffst! Ich hab'n Bum! Die Dreck-Sau! Der überlebt die ganze Zeit... Wie der schriegt! Der Suron! Oh man... Hüh! Hih! Wie gesagt! Das ist zwar blöd. Nicht schlagen! Jetzt muss sie mich auch niet fies рокhen man... Wann? Mit meinem fetten blauen Fies. Jo! Stopp, du müssen mal kurz stehen bleiben, Stritt. Stritt, kurz stehen bleiben! Und weiter! Mhm. Was war denn das jetzt? Einfach durch! Ich darf nicht schweben. Ich darf nicht schweben. Ja, Neval. Geil. Ahto! Muss ich eigentlich, glaube ich, nicht das machen, was ich immer mache. Ah! Du kommst nur da immer so gut durch. Ne, du kannst nicht verstehen. Man muss warten, bis es hoch ist. In der Zeit kann ich nicht bumben. Und sobald es oben war... Dumm kann man sein. Also ich meine jetzt mich, ne? Ja, ja, klar. Also nicht, ja, ja, klar, aber... Ja, ist schon offen. Scheiße! Das ist halt eins von den letzten Levels. Heule drum! Komm her, komm her, komm her! Hey, du stirbst! So Leute! Salat! Und wie es weitergeht! Nächste Part! Nächste Part, bis dann! Tschüss! Tschüss! Tschüss. âce